Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du hast fast reingeschossen, Alter, aber so kann ich mal eine Runde auffangen, wenn wir direkt das Tor haben. Ich hab's auf Videobeweis, du hast es auf Wiederholungsvideobeweis. Weil du hast ja bei der Wiederholung gestartet. Geschmeidig Junge, Tor! Alter, schau dir mal von dem an, die hast'n fast wie meinen Namen nur für das O und das N. Du musst genau auf deren Namen schauen, wann das Replay kommt. Ja. Die haben als Klub. Du bist im Klub. Diese Pros haben sogar schon zwei Tore oder so. Wir werden jetzt noch mehr schießen. So, dies mal gewinnen wir. Ja, so kann es auch fangen, oder? Ja, ich bin immer so ein, der, begriffen wir uns jetzt schon selber. Das ist ein Tor, die wir uns jetzt stören, das wird dann gerne. So, nein,! Ja, ich bin ja nicht mehr. wenn man Aggressionen bekommt, dann macht man das. Schau mal in den Chat. Wir lachen. Eingetäuscht. Ihr 100% Boost, die kann irgendeinen Wegkauern. Faut den Anschippen mit deinem Ball. Scheiße, geht nicht. Mann, gewickt euch. Hä, der Schubser ist. Die Reihen sind die ganze Zeit weg. Ja. What? Da haben wir 100% Boost gehabt. Scheiße, um 8 Sekunden vor da. Alter, warum versammeln sie alle um mich? Vielleicht bei mir eine Konferenz? Was? Wir haben die Konferenz zum YouTube geschaut. Boah, Alter! Der hat mich umgebracht. Der Führer nauf! Der Führer nauf hat mich umgebracht. Ich hätte den Motor zu schießen können. Aber mit dem Scheißdrehen kannst du eben nicht scheiße spielen. Boah, die war nicht genau. Warte, weil's klären wir so. Wir sind Fortnite-Idioten. Stammt! Nein, 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 nein! Es ist noch nichts verloren. 2-2 erst. Du schaust deren Club-Name an. Hast du den gesehen? Ja. War schlecht, oder? Die Behinderten! Die Behinderten! Die Behinderten! Die Behinderten! Die Behinderten! Die Behinderten! Warum drängst du mich weg? Wenn du wegstehst manchmal! Ich bin der Kind-Apparat! Pass auf! Ja, geil! Schalt deren Club-Namen an. Schalt deren Club-Namen an. Das sind von mir nicht als Jawohl! Scheiße! Pass auf! Dinkag! Bei dir wundert der Fuß! Mach ich doch nicht! Ich will gar nicht helfen! Alter, aber ich nehme jetzt eines von Mara, sonst hätten wir es ja auch nicht gesehen. Nein, Alter, ich komme mir ehrlich zu uns vor! Da wollte ich so eine Ecke von dir mit wegdrehen. Hä? Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau! 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 Da bin ich jetzt! Bin nur zugegangen! Die haben mich nicht allein gekauft! Alter! Ich stell mich wieder! Ich sooo! Eingetäuscht! Nein! Nein! Oh! 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 Ich hab' mir dann mit dabei denken, dass ihr ein fremder User wart! Na! Ich hab' ich auch gemacht! Aber deine Artigen bleiben den Abonnenten! Ja, aber trotzdem! Weil du hast ja erst fünf von dir schon über 40! Und insgesamt hab' ich auf einem Video schon über 700 Aufrufe auf einem! Und insgesamt hab' ich über 3000, wenn man alle zusammenrechnet! Scheiße! Ich muss mir einen Boost holen! Ich mach' dabei YouTube schon länger! Ich mach's schon seit dem 6. 9. 2018! Ja, und ich mach's erst seit 1-2 Monaten! Ich mach's erst seit 1-2 Monaten! Ja, eben! Seit 1-2! Nein, seit 2! Ich hab schon 1-2 Monate! Ja komm, das war's! Ich will nämlich nicht nur mal aufhangen! Ich hab' ne Stufe! Ja! Knappenaufstieg, nein! Dann drück' ich wieder Sachen! Ich hab' ne Kiste grad! Jetzt öffnen! Ja, ich möchte! Nämlich halt wissen, was in der Kiste ist! Und dann drück' ich jetzt mal zu einem Scheer und nicht, dass es wieder auszugehe! Denn ich muss noch... äh, mögliche Inhalte in mich hat... ...den wir nicht gefährlich aus! Ah! Hä? Ich hab.. Nein, ich hab' nur... Das war's mit dem Video guys! Vielen Dank fürs Zuschauen! Wir sehen uns beim nächsten mal wieder. Hau da rein I'm not a choose!